Für eine Person allein ist das Einrichten eines Servers oft ziemlich aufwendig und umständlich. Da ist es doch gut, dass man sich die Arbeit mit anderen Leuten teilen kann, indem man sie zum Beispiel als Moderator zu seinem Webinterface hinzufügt. Wie genau das funktioniert, das erfährst du in diesem Video vom mc-host24.de YouTube-Channel. Hey und willkommen im YouTube-Kanal von mchost24. Um Benutzer zu deinem Interface hinzuzufügen, gehst du zunächst im Dropdown-Menü auf Webinterface und loggst dich dort mit deinen mc-host Nutzerdaten ein. Nun wählst du einen Server, dem du einen Benutzer zuweisen willst. Du klickst auf Erweitert und Benutzer. In das leere Feld gibst du nun einen Benutzernamen von mc-host24.de ein. Deinen genauen Benutzernamen findest du übrigens jederzeit im Dropdown-Menü unter Profil heraus. Drückst du Enter, wird der Benutzer der unten stehenden Liste hinzugefügt. Hier kannst du nun wählen, ob er die Gruppe Gast, Nutzer, Moderator oder Administrator innehaben sollen. Der Gast hat nur sehr eingeschränkte Rechte und kann nur die wichtigsten Daten anzeigen. Der Moderator kann den Server zum Beispiel starten oder stoppen als auch die Konsole einsehen, allerdings nicht Dateien des Servers verändern. Das kann nur der Administrator. Möchtest du einem Nutzer die Rechte wieder entziehen, wähle einfach Nicht zugewiesen. Übrigens, alle Änderungen auf dieser Seite treten immer sofort in Kraft und ihr müsst nicht erst auf einen Speicherbutton drücken. Hast du die Gruppe zugewiesen, erscheint in der Serverliste im Webinterface, allerdings nicht unter der Meine-Server-Seite auf mc-host, für den Nutzer, den ihr hinzugefügt habt, euer Server. Je nach seinen Rechten kann dieser dann verwaltet werden. Wenn du einen Server verwaltest, siehst du immer am oberen Rand, welchen Rang du für diesen Server innehast. Bevor ihr Rechte von eurem Server vergibt, überlegt euch allerdings gut, wer welche Rechte haben sollte. Bei Fragen oder Problemen steht dir natürlich der mc-host24.de Support per Ticket zur Verfügung. Willst du mehr über die wichtigsten Commands für Administratoren erfahren, dann wirf doch einfach mal einen Blick in dieses Video hier. Ja,